Hallo, herzlich willkommen zurück zu Daisy. Mit dabei, Kevin. Dein! Alter! Der Kopf mag ihn voll nicht dabei! Dein! Und Stade, der gerade sich was zu trinken wollte. Aber da ist. Aber da ist. Aber da ist. Marcel darf es. Oh Gott! Okay, die Klappe zu sein, ist meine Aufgabe aber, Alter. Guck mal, siehst du die Munition unter deinem Ass da noch liegen? Nope. Gut. Oh ja, die seh ich. Ach, echt jetzt? Hörter hier. Da plan ich jetzt natürlich erstmal dort hinzugehen, wo ich gerade den großen Fight hatte. Das sehen wir gleich in der Nähe. Da könnten noch andere Mosin rumliegen. Da hab ich nämlich Stade und auch meine Schrott für die gegeben. Die gute. Die gute Trude. Ah! Ne, schon wieder. Danke. So. Unuffällig. Alles klar. So. So. Die hat der A2D und Karte sehr auffällig verhügt. Das ist... Ja, der Schweizer. Ähm, ich weiß nicht, was du für Schrotfröreinereien willst. Ich hab jetzt Rote drin und vielleicht solltest du überlegen, ob du aufs Nack ist, wenn du aufs Range willst. Ach. Oder du gehst halt echt bloße Fracks. Das ist... All rein. All rein! So, hier vorne links müsste ich die erste Leiche liegen. Mhm. Alles klar. Da liegt... Da liegen wir auch. Ich dachte, der Busch hier wär was. Nö, nö. Oh, der ist gerade bei der Haut gekommen. So. Ja, in der letzten Folge hat's ja... Kräftig geschossen. In Elektro. Ein bisschen... Und Stadel hat auch ordentlich was weggeschossen. Wurde dann auch ebenfalls ordentlich weggeschossen. Und jetzt schießen wir die ordentlich weg. Okay. Hier irgendwo müsste noch ne Leiche liegen. Hm. Mal sehen. Ja, so dem Zaun. Okay. Ja, ich glaub, ich glaub... Ich glaub, wir sind nicht despawned. Ich glaub, wir sind nicht despawned. Der eine ist despawned hier oben. Und hier oben in den Waldstück, da war das... Ich glaub die... ...drei, vier... Ja. Ja. Ne, der eine unten. Und die vier da unten. Ja, genau. Einen hier unten. Und die vier da unten. Und die vier da unten. Da wurde ich irgendwo von links weggesnackt. Von... Vielleicht vom Hochhaus? Direkt rumbach? Hm. Schätze ich auch. Und dann gerade irgendwelche wieder hier. Und da waren auch zwei manchen. Hm. Müsstest du aufpassen, wenn wir's hochhaus gehen, dass die keine... ...Mühlen platziert haben? Hm. Ich würde mir da überhaupt nicht auf so hochhaus ehrlich was von gehen. Ja, da liegt das Zeug. Oh. Hi. Das ist nicht von mir eigentlich. Also das bin ich nicht. Der liegt. Ja. Pace... Da liegen einige. Hier. Hier wurde einer zerfetzt. Ja, das ist meine erste Leiche gewesen. Okay. Dann müsste ich hier links noch einer liegen. Ich hab mir das AK-101 angekommen. Da die links sind auch einer erinnern. Das Personal ist von Mursing Money. Dann müsste ich hier eigentlich noch einer liegen. Ja, ne, den haben wir uns verschnitten. Okay. Hier liegt eine Hunting-Backpack-Stade. Wollt ihr den nehmen? Ist doch das sehr rund. Der ist... Der ist pristine, wenn du den willst, Leute. Oder ich nehme den. Egal. Nimm du. Okay. Nimm einen, den ich vorhin hatte. Aha. Ich hoffe bloß, dass sie sein. Auf jeden Fall hatten die grünen Armbänder. Alle. Okay. Hier liegen einige Leichen halt, ne. Der erinnert sich eine weiße Jägerhose. Und ein Kürbiskopf. Ach, ich kann grad nix mehr aus meinem Rucksack wieder mitnehmen. Warum, 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 warum. So, die anderen beiden waren hier. Die haben sich noch wahrscheinlich gespielt. Ähm. Ich muss dank alle gewesen sein, ja. Ich nehme halt jetzt erstmal das mit, was jetzt mal wichtig ist von Anfang. Aber, wie gesagt, die Amerikaner. Das war ein Schuss auf uns. Ja. Und ich bin ja gerade noch... Ich mach mal echt vor meinem Hundradio jetzt zurück. Das war okay, das war eine Mosin. Da drüben läuft das, seht ihr? Wald? Ne, 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 ne. Wir sind hinten noch. Wunden drüben. Hinter mir praktisch, genau hinter mir. Im Waldstück. Ich hier guck, seht ihr mich? Seht ihr mich? Ja, wir wissen, wo du bist. Ja. Da in die Richtung. Da drüben die Waldstück. Das ist Mosin gewesen. Ja, ja. Ach, rechts von uns im Waldstück. Ja, ja. Ach, rechts von uns im Waldstück. Ne, gerade aus, wo ich hingucke, ne? Ähm, piekt mal weiter dort, oder? Ich versuch dir mal zum Laufen am besten. Okay. Ich puste ihn jetzt. Bei mir muss ich rot. Ich puste ihn jetzt. Bei mir muss ich rot. Puste. Sie hat leider keinen. Wie ich aus. Na ja, ich weiß ja nicht, was die für Klamotten haben, ne? Das ist das Problem. So, da sind zwei Mann. Ah, ich komm mal zu dir, Starne. Prrrr, schon geht die Action wieder weiter hier. Ja. Ja, du bist noch in dem Wald. Ja, ich bin schon das nächste. Ich bin schon fort dran zu dem. Starne klingt keine. Keine Angst. Für beide Waffen wieder. Ach, Gott. Ich wurde erschossen. Ich bin direkt vor mir. Ich bin weiter weg gerade. Ah. Ja. Ich wurde erschossen. War jetzt leicht. Ach, ehrlich gesagt. Ja, ich sehe dort oben einen. Ah, ist er auf dem Hochhäuser? Ne, ne. Der ist oben im Wald. Zwei Stück. Ähm. Ich bin in Shadow gespawnt. Glaube ich. Ich bin gar nicht oben in Wurmen. Ich glaube, ich bin mir gerade unsicher. Das Problem. Ich habe bloß die SKS mit dem Film. Das ist, ich habe so mit dem Scope. Das ist schön, aber... Ich bin Svetloyorsk. Ich bin Svetloyorsk. Bei mir ist er ein Spieler. Ich bin Svetloyorsk. Genau auf der anderen Seite. Ähm, Elisium. Sehr raus. Hi. Schau mal ein Video. Oh Gott. Schlechtes Werbung, ihr wisst ihr. Ja. So. Der hat... Der hat halt nichts. So wie ich. Deshalb ist er friedlich. So. Mal sehen, ob ich jetzt auch noch ablebe. Ich denke mal schön. Ich bin Berizzino. Boah. Lass mich gleich noch mal töten. Naja. Ihr könntet euch aber treffen, sag ich mal. Naja. Berizzino. Ist gar nicht so weit, ne? Na. Kommst du wieder schnell. Ich weiß zwar nicht wohin, aber komm zu mir. Mach ein bisschen Berizzino und sicher. Das erste Mal ist rüber zum Police Station rennen. Okay. Ah, ja, 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 ja. Ist aber echt was los. Hier, ein Forschlaghammer aus Dark Souls. Ich glaube, ich hab die Billsauer gemacht, die Karle. Ja, die wurde mir auf den Handy gegeben. Aber... Ja, lucky. Das ist, dass mein letztes zwei Tote immer ein Headshot war. Fein. Die dort aber rumrennen, ne? Na, Musi kann aber auch auf Body Hit one hit machen. Ja. Ja. Okay. Ach, dort liegt einer. Gib mir die, gib mir die. Oh, ne. Otto? Oh, das ist einfach so scheiß Gras Textur. Ich glaube, das ist tatsächlich nur so scheiß Gras Textur. Schieß einfach drauf. Du klubst auf so'n Scheißzeug mit dem Forschlaghammer ein und der überlebt einfach 4 Heeper. Das war super. Du 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 ding... Du 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 duu... Das ist doch... Ich würde die Business-House... ...sie mit der Katastrippe... Was ist das? also es müssen es sind wahrscheinlich mehrere fraktionen weil die sniper sind jetzt ein ganzes stück gelogen aber die akm schützen waren jetzt ungefähr dort wieder weil ich gerade genut haben in den weit stück die nebeneinander am ende ja ja aber gerade eben haben noch akm schützen wurde geschossen und direkt vor mir seien hier geht dort geht es eigentlich ganz schön auf zwei mann erinnert folge lieb also ohne ohne hauber plus was ich bin nicht mehr beriziner sagen wir so ich habe also es wundert mich schon dass ein messer mehr schaden macht als einen beil also ich habe gerade die stärkste waffe dabei gefunden die ist ungefährlich die frage ist wo bin ich jetzt gespawnt kennt ihr das wenn ihr übelst adralin stoß habt und ihr übelst zittrige auf hohen bekommt das ist übel hart gerade kennt ihr das wenn euer ohr einfach wie bekloppt juckt die ganze fast ja wo das ist übelst nervig wenn du das heißt oder fast so bevor ich die lute gehe ich mal ganz kurz da hinten gucken auf dem alles klar ist die übelst die schlösser bei mir ich weiß nix schon das so ist er hätte draußen gezogen du hast ja hätte draußen gezogen Nee, nee, ich hab... ich muss kurz gemütet, weil ich Sprachnachricht... Ah... Fusin, die ist die Frau jetzt wieder hinten... So renn ich jetzt zu Berenzino, du bist gerade mal dort... Mh, schön... Vielleicht bin ich ja wieder hier gestrunt, das sieht so aus... Ich bin unsicher... Ich bin noch nicht in der Materie von Desi so drinnen... Ah, wie ist denn Berenzino? Berenzino! Sag schon, du kannst mir vertrauen und zu mir... Okay, okay, die bekriegen sich gegenseitig... Okay, welchen mit dem grünen Armband, welchen wahrscheinlich mit dem blauen Armband... Die grünen haben uns umgebracht... Vorher wurde begraben, mich erinnert mit dem blauen Armband erschossen... Okay, nimm dir sein Geh und töte alle anderen... Ich hatte vorhin auch... Geh, ich fand das, die hatten alle ein grünes... Aber so schnell könnte ich dich ja nie wieder krüppen... Also... Äh... Zweiter Count... Zweiter Count... Der eine hat... Der eine hat aber einen Gideon... Den Gideon... Ich weiß gar nicht, wo waren wir da oben? Bei Stark? Ja, Mookie Levka... Mookie Levka... Und... Kevin und Eric sterben... Hatte diese... Hatte macht die überhaupt schon? Oh... Jetzt... Kevin und Eric sterben... Vor mir steht einer... Was sagen wir... Der Kevin und Eric sterben... Ich bin tot... Von irgendwas... Irgendwas One-Hit mich angeblich geholt wieder... Kevin und Eric sterben... Ich heute gehe noch... Muss mich... Zehnmal auslappen oder so... Weil... Da bist du noch mal... Bist du noch... Dings... Wettlo? Ich bin grad runtergelaufen... Wo bist du jetzt da? Ich bin grad... Ich laufe am Strand lang... Bist du bei Rifti schon? Gleich... Na gut, dann treffen wir uns dort... Da kommt Rifti... Ja... Das war halt jetzt wieder... Fick... Es ist leider Gottes... Echt der Waffennachteil... Auch wieder gewesen... Stadion hatte bloß die Schrottwinde... Bobby... Ich hab das ja... Ohne Visier... Ja... Was hast du? Die CR... Achso... die CR... Hallo... Verdammt... Ich hätte dir vielleicht das Visier geben können... Ich hatte glaube ich noch eins von dem... Ein Typen geblündert... Daran hab ich nicht mehr gedacht... Sorry... Weil die haben die ganzen Waffen mitgenommen von den Wichsern... Alles... Meine... Die Drops... Die müssen sonst 16 Waffen dabei gehabt haben am Ende... Die hatten alle 2 Waffen dabei... Naja... Ich... Was soll ich nicht sagen... Bei mir... Letztens... So... Ich hab schon mal ne CR 500... Äh... CR 75... Ich hab ne... Feuerwerkst... Hm... Jetzt geht's halt doch looten los... Wollen wir da übern Looten diesmal laufen? Können wir... Wollen wir mal der Viscase geht? Das könnten wir auch machen... Neh... Hier, da wird sich die Ton drauf... Öh... Ich kann aber nicht umgehen... Oh... Keine Ahnung... Mit MK2 hab ich hier... Die lass ich jetzt mal die haben tatsächlich... Jetzt hab ich der grüne und ne... Schwarze Feuerwerkst... Ja... Du kannst mich gar nicht mitbringen... Ich mach kein Buster, Leute... Noch ne... CR 75... 75... 75... Ich muss doch ziehen... Oh Gott... Bobby aus... Hat schon muss den Bobby... Hat ziehen wie so'n Hund... Wie ist Rifty... Das ist schön... Äh... Hier ist der Toad... Ach... Ja... Ich bekam Rifty gestorben... Ja... Liegt der Toad auf dem Boot... Das Problem ist halt... So... Ich hab mir drunter die Container gefangen... Äh... Hier ist ein Spiel noch irgendwo... Ja... Ich kann nicht machen... Keine Waffe nicht... Ich hab hier grad nämlich jemanden gehört... Der Magazin auch geladen hat... Ja... Gut... Da kannst du nicht machen... Dann... Hast du ne Waffe? Ja... Ich hab ne CR 75... Ich kann die nur chamberen... Du sagst... Ich kann hier gar nicht machen... Kannst du da ablenken... Vielleicht... Oder du bist ja sowieso gewinnt... Auf die ist halt auch groß, ne... Hm... Ich bin auf der... Steuerseite... Wees ich jetzt gar nicht... Ich glaube... Also auf dem Vorderteil vom Schiff müsste ich sein... Kommst du grad die Treppen hoch? Ja... Hi... Ich glaub oben ist noch einer... Ja... Ja... Willst du auf die andere Seite nochmal lügen gehen? Ach... Was drauf kommt... Gell und Fini... Äh... Wir hatten gerade gelegt... Ob wir nach Davids Castle dann laufen... Richtung Davids Castle... Ja... Komm... Wollen wir da erstmal Folgenende machen? Ja... Es ist ja schon wieder so... Es ist eigentlich schon wieder kurz davor, ne... Also... Sagen wir so noch plus 5 Minuten geht vielleicht... Ja... Okay... Wollen wir langsam machen... Dann lassen wir nochmal schnell nach bei Haruzino... Und dann ist erstmal Folgen... Da wieder... Ja... Ist halt wieder gesagt... Andaki gelaufen... Ja... Das kann sich nicht fehlen... Ja... Das war jetzt... Ach du hast geschlagen... Ich wüsste gar nicht sagen... Ich war in der Situation... Dann kam ein bisschen vor Ort mit einem... Es war... Das kritische war tatsächlich einfach nur... Es waren halt... Viel zu viele plötzlich wieder... Und die kamen von überall... Das Ding ist... Ich hab's ja vor Anfang nicht gesehen... Ja... Das auch... Und da... Da hab ich dann so... Kevin geht von links... Starte habe ich verloren... Ich gehe einfach von rechts... Und auf einmal... Wumms... Ja... Der gehört mir... Gibt's ja was? Naja... So ist es halt... Das Gute... Mal verliert man... Und dann gewinnen die anderen... Ja... Halt die Kläffe... Halt die Kläffe... Naja... Was ist das Leben? Mhm... Das Leben ist kein Ponywolf... Das stimmt allerdings... Das stimmt allerdings... So... Ich denke doch bevor wir... Nächstes Mal Action machen... Sollten wir uns erst noch voll equippen... Ja... Alle... Wäre eine Idee... Bobby... Bei der von der Qualität... Die Tank ist... Weil das man wusste... Keine Ahnung... Jetzt weiß ich wo die Tank ist... Jetzt ist Kevin... Die DC aus... They say... They say... Mayday... Mayday... Entschuldigung... Das ist halt nochmal... Problem... Ich bin der Zeit... Die App nicht zur Zeit... Ich hab auch irgendwie drauf... Ja... Ich bin ja eigentlich so das lobende Navi... Eben... Aber ich hab noch mal wieder die App runtergeknallt... Ich muss mal... Ich muss mal kurz einen Schluck trinken... Klar... Und wenn mein Navi halt weg ist... Dann... Machen wir halt warten... Dass mein Navi mich findet... Per GPS... Ich hab aber wohl ein Hühnchen gerade war... Du Schwein... Das arme Hühnchen... Du bist'n du Bobby... Ähm... Ich glaube ich bin in der... Hier bei dem... Bei der Schule... Du da... Und dann bist du eigentlich ganz... Klaus... Dann gehen wir in der Police Station... Stadl... Ja... Hier hinten rechts geht's raus... Glaube ich... Von mir... Raus aus der Stadt... Die Police Station ist schon weggelooted... Ist das? Ich war da... Ich bin da voll... So gestorben... So gestorben... So gestorben... Stadl vor uns läuft ein Spiel auf der Straße... Da lief grad schräg Richtung Police Station... Ich hab nicht zufrieden... Ich hab bloß ne Chamber Waffe... Dort vorn auf der Schienenlücke... Oder ne das ist ein Zombie... Dort dort... Ganz vorne so... Ähm... Ich bin bei der Police Station jetzt auch... Ja kann sein dass du gleich... Äh... Besuch kriegst... Ich... Ey... Ich bin außerhalb... Ich hab nen blauen Rucksack... Und Fallwerklamotten... Danke dir für mein Herz... Gut... Äh... Da warst du grad... Nein, nein, nein... Nein, nein... Nein, nein... Das sind wir nicht... Weg machen, oder? Ja... Ja, so... Aber... Doch, ich hab nüscht... Ich kann nicht machen... Du musst auf ihn einschlagen... Bei mir ist einer... Ja, machen wir... Der hat... Der hat halt nix... Ja, ich seh's... Das vorne... Ich hab' den wieder herrennt... Stahl... Und ist ein Zombie... Der wird zu dir... Warte mal... War das der Typ... Oder sind hier noch mehr? Das war der Typ... Hat einer... Hat die ja ne Shotgun? Ne... Okay... Ich hab grad ne... Ich hab den Frodo Muni gefunden... Also... Der... Ihr habt den Typen, den ich grad hinterher kamen gesehen... Ja ja, genau... Wir haben dich auch gerade gesehen... Wie du dem hinterher kamen bist... Dort wird grad irgendeiner vom Zombie verprügelt... Ich nicht... Und einer ist oben Police Station? Ja, ich geh den oben Police Station töten... Oh, Kummel... Was willst du das machen? Runderein... Äh... Hier, wo hat sich grad ein Spieler vom Zombie umprügeln lassen? Warte... Ist der runtergerannt? Du... Der ist... Der kommt runter, den Police Station... Warte mal... Man kann... Man kann bei den Police Station die... Ganz ruhig durch die Fenster... Nein, der hat sich gehört lassen... Ich hab ne Repeater... Da läuft gerade die Straße hinter... Ja... Mal lassen... Der Typ, der sich grad vom Zombie umprügeln lassen hat... Hat in der Repeater gehabt... Ach so, da war doch zwei hier... Der hat drei läuft doch nicht weg... Ja... Und so wird es Bobby seine Aufnahme hinüber... Und er vorbei... Ach ne, ich hab... Den Blaze hab ich... Den Blaze... Ah... 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 Das wird schon noch 30 Minuten... Ja, locker... Ungefähr... Also ungefähr... Die ist... Oh nein... Oh nein, oder? Was denn? Die ist ganz weg... Du dumm... Guck mal so ein startendes Gesicht an... Guck mal weiter rein... Und ich sag so... Ey, es starte... Das sieht sehr aus wie ein Willi... Direkt so ein Fehler gekriegt... Hahaha... Da ist gleich das ganze Spiel starker geworden... Ja gut, da würde ich sagen... Dann war's das für die Folge... Oh, jetzt guck mal... Jo... Lass ein Like da... Oder so eine Scheiße... Bei Kevin... Schau bei Kevin vorbei... Ja, bei Bobby gibt's... Bei Bobby gibt's... Bei Bobby gibt's wieder keine Folge... Dankeschön... Mal wieder... Ja... Das seht ihr halt nur auf Kevins Kanal... Haha... Und auf Start ist ein Kanal... Nö... Ich hab kein... Gut... Gut... Dann bis zur nächsten Folge... Macht's gut... Tschüss...